Plisite Buddy Ways Team Trophy Truck Ich kann das gerade nicht so richtig lesen Da ich ein bisschen weit von meinem Fernseher entfernt bin Und auch nicht rangehen kann logischerweise Dass ich ja im Mikrofon sitze Wir haben uns dann quasi für die vorderste Stufe Des Königmacher qualifiziert Und es sind nur noch neun Sterne Bis wir jetzt die finale Runde erreichen Aber bis dahin werden wir, wenn wir es erreicht haben, nicht fahren Das sage ich jetzt schon mal Wir werden erstmal alle Autos durch haben und dann das Finale fahren Also es sind ja nicht mehr viele Autos, es müssten hier noch drei Autos kommen Es müsste sein der RJ Anderson Der Lancia Delta und der Focus Und dann werden wir erst Sättliche Sachen fahren Ich würde auch sagen, wir fahren jetzt erstmal Wieder ein normales Rennen Also anfangs gleich normal Was nehmen wir denn dafür? Was ist denn das hier? Ein Bergrennen? Das machen wir mal, das sieht gut aus So Und ich weiß auch gar nicht, wann diese Folge jetzt online kommt Kann sein, dass es jetzt schon Weihnachten ist oder Weihnachten war oder Neuer wird es sicherlich nicht sein, aber Ich denke mal, wann diese Folge rauskommt Wird vielleicht entweder Weihnachten gerade gewesen sein Oder es ist gerade Weihnachten oder Es ist ganz kurz vor Weihnachten Das weiß ich gar nicht so genau Wenn ich hier wieder ein bisschen ein Voraus aufnehme Das ist jetzt hier, das ist nämlich so geil Dass ich halt so gut wie jeden Tag hier aufnehme Deswegen schon so ein paar Folgen produziert habe So ein paar Das ist einfach nicht so interessiert Es ist gerade Sonntag Am Mittag Der Ich glaube siebzehnte Oder achzehnte Halter mir war eine Woche vor Weihnachten So Wird noch schon Wir sind noch Devils Corners Bergrennen Also Bösen Kurven Fiesen Kurven Wie auch immer So 100.000 Fähigkeitenpunkte Oh das ist aber So war es nicht so wenig ne Also Muss ich glaube ich schon so ein bisschen Zeug legen Um das zu schaffen Das Mikro Ich wollte mich noch mal kratzen Gucken wie das Rennl jetzt so wird Wenn welches Wetter da ist Okay Es ist kein Übertriebener Sturm Ist auch nicht so schlimm Weil die klare Sicht ist auch mal ganz nett So Was hört ihr eigentlich anders mit Und zwar Es fährt mit Ups wie das Mikro Der Ford Ranger T6 Den wir letzten Fall Wir gewinnen konnten Aber nicht gewonnen haben Durch der Mini Als quasi Gegenstück Rally Fighter Der RJ Anderson Der Bolt wird auch dich geil Bohler Und der Warthog Zurück bei einer davon Und die werden in der letzten Folge Anscheinend ziemlich gut in der Klasse Oder ich halt mega schlecht Wo er dann schon was beiden So So Ich glaube ein bisschen weniger Ob ich auf Fähigkeiten achten möchte Danke Uh, Check ist ja rein, nice Ja, überholen, Angeber, naja, ich muss nicht mal angehen. Ich tue eher mit meinen No-Skills an und nicht mit meinen Skills. Das waren nicht so viele, dass ich in der Mitte. Ich will jetzt erst mal gewinnen gehen und nicht auf die Bonus-Ziele. Und wer hat so wenig gehört? Ey, das Allrad. Wenn es direkt hochgeht, ist das nochmal ein bisschen anders. Ich habe auch mal ein wenig anders gemischt. Nein! Oh Mann, das ist so ärgerlich. Da ist so eine halbwegs gute Kette am Start. Ich muss leider so weit nach Ende rutschen. Oder gefahren, eher gesagt. Gut, schon war es ja nur, ich habe mal mehr oder weniger. Das war gerade schon erst, als wenn wir mal ein bisschen nach Fähigkeiten achten. Jetzt sind wir auch mal ein bisschen positive Fragen, die Kette verlieren. Dass wir irgendwo am Checkpoint vorbeifahren. Mach ich auch sonst nicht. Das ist doch nice. Zwei, was sich Zeit gekostet hat, aber gut. Fähigkeiten, das wird wieder nix mit dem Zusatz hier. Ich glaube, die letzten Zeiten sind deutlich weniger. Das ist doch alles zu machen. So, wird auf jeden Fall noch alles kommen. Das war dann natürlich kurze Strecke, muss ich jetzt mal sagen. Sprung hier. Wop! Das muss eigentlich alles am Schüchern sein. So, das ist aber nicht ganz geschafft. Ich finde noch 70.000 Punkte. Nein, es sind 68.200... Warte, kann rechnen. 68.000, 263, glaube ich. Die erste geworden war immer ein bisschen Vorsprung. Hat das Gefühl, ich meine, der Wagen doch überzeugt. Ich habe schon nicht so viel wie im letzten Rennen. Bei mir 8.000 ist es nicht ganz so viel. Da habe ich schon mal mehr Kohle gesehen. Die P. gibt es ganz schön wenig, aber nicht mal 6.000. Das ist echt nix. Das ist wirklich absolut nichts. Ich habe immerhin zwei Sterne bekommen. Dann sind es auch nur noch sieben Sterne. Bis zum Finale quasi. Bis zu dieser Art, ich sage mal, Goldjahr 2.0 Rennen. Weil jetzt hier gibt es auch eine ziemlich lange Strecke, die einmal um die ganze Karte geht. So viel kann ich schon mal verraten. Ich bin hier natürlich noch nie gefahren, steige, logischerweise. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie die aussieht. Die wirklich nur außen lang geht, ob das auch irgendwo besondere Routen gibt. Wer weiß. Wird sicherlich cool, die Strecke zu fahren. Das ist aber noch eine Löffelliste mit zwei Sterne vielleicht. Da gibt es hier noch eine mit zwei Sterne. Von mittel... Können wir ja mal die machen. Können wir da was mit Fähigkeit oder irgendwas zerstören oder... was anderen. Und es ist ja da diesen Schneepark ist. Ich glaube, das ist nicht geil. Ich kann selbst mit, ich sage mal, 300 PS-Autos oder so um 188. Das ist doch wunderbar dritten. Oder wagen rutschen lassen. Das ist wirklich wirklich geil. So, ich kann mal hier unterfahren. Das ist aber ziemlich eng, meine Güte. Das ist mal lustig, werden hier unterzufahren. Aber... Das ist die Kamera gerade so weit weg. Können wir irgendwie ein bisschen weiter vollziehen. Ach, weiß der Scheiß drauf, ne? Hui! Oh ja. Oh Gott, halt, 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 stopp! Entschuldigung. Hast du das? Das ist schon mal online gefahren. Deswegen weiß ich auch, was das ist. Und das ist auch nicht so schwer. Heizen sie die Menge im Ford Ranger T6. Das müsste, glaube ich, Fähigkeiten sein. 20.000 Fähigkeitenpunkte. Und unter der Musik. Achso, ich weiß, was ich auch gehört habe. Im DC kann auch neue Musik ins Spiel rein. Was ich auch immer immer ziemlich geil finde. So. Hoppa. Hat ja schon mal wunderbar geklappt. Wow. Mir geht nicht. Ist ja grandios. Au. Au. Danke. Das ist ein gewisser Megaturzeit. So. Wenn genug Zeit. Er hat genug Zeit. Ein bisschen rumbruch mit dem ganz schön dicken Ding. Naja, ich kann ja mal das am Aufhören, ne? Ich habe mich schon denkt. Ja, das war sehr leicht und von wegen Mittel. Ja, ich habe noch, trotzdem, das Fehler ist unglaublich viel Zeit. Ich hätte dann bestimmt auch 100.000 Akkette daraus machen können. Statt zu 90.000. So gut, wir wollen es ja nicht überanstrengen. Ich muss ja, ich muss ja mein Skill für die nächsten Rund aufheben. Ich habe einen Namen 48,7 Millionen. Ja, das ist gar nicht mal so wenig. Einfach mal schauen. So. Ach, ich bin im Auto, sehr gut. So, die neue tolle Funktion des Wagens. Naja, würde ich sagen, einfach mal das nächste Rennen einfach mal. Und zwar, hier war noch ein Rundstücken-Rennen. Das machen wir mal, das sieht gut aus. Ich kann auch mal hier eine Runde in dem Motorradpark fahren, wenn wir schon mal hier sind. Das ist, glaube ich, falsch rum, aber das ist ja eigentlich eine Pedaldäcke. Ich kann mich nicht mehr fahren. Die ist noch ein Schwung eingebaut. Oh Gott. Das ist ja nicht gesund aus. So, hier ist eng. Was immer gut ist. Ja. Das ist auch eng. Man sieht, ich bin ja der Profifahrer auf der Strecke. Bin auch versprungen. Wo man ganz schön schnell sein muss. Alter. Ich glaube auch ziemlich knapp. Ja, das ist alles mit. Das gehört dazu. Das zählt ja wohl nämlich nicht. Der Partei ist nicht geil, aber da kannst du mit den meisten Autos komplett quer gehen. Die mir nicht. Ich freue mich nicht mit ihr auf Feuer. Das ist schon zu realisieren, das kann man schon mal machen. Wie sitzt Kamerad so weit außen? Wie total komisch. Ah, jetzt ist es irgendwie näher dran. Wie so komisch ist, das stehe ich jetzt nicht ganz. Na ja gut. Wollt es mal nicht auffallen lassen. Das war jetzt mal wirklich zum Rennen. Das ist eine Runde gefahren. Das dürfte er zu. Der muss das von reichen. Dankeschön. Der fahrt schon zurück. Den kriege ich auch im Blizzard Mountain nicht besser als im Hauptspiel. Leider. Aber gut. Den muss ich so hinweg, kann ich eh nicht ändern. Das scheint wieder wie die Hölle. Das ist glaube ich nicht ganz vorteilhaft im nächsten Rennen, wenn es da so eine Rolle scheinen würde. Aber gucken. Das ist ein lauten Satellite-Pass-Gripp-Rennen. So. 200... Was ist das? 250.000 oder 200.000? Ich kann es nicht richtig lesen. Alter. Das ist echt... Da würde ich mal sagen, für mehr Fähigkeiten... Mach mal das Rennen einfach mal länger. Machen wir mal nämlich fünf Runden. Leichter Schneefahrer bedeckt. Jetzt können wir bei fünf Runden haben wir aber auch mehr Zeit, mehr Fähigkeiten zu machen. Das sind eh nämlich viele Punkte, ne? Ich meine, da stand 200 oder 250.000. Ich konnte es nicht richtig lesen. Das ist schon echt viel. Aber mit einer guten Kette und netten Gegnern kann das schon möglich werden. Also das sind so ganz schnell auf den ersten Platz gelangen und dann da quasi restliche Zeit zu viel Runden oder so chillen und dann abwarten und hier drängen. Ja, 200.000 waren es nur, aber das reicht, glaube ich, auch. So. Oh, klar. Also die Strecke ist, glaube ich, cool. Die Strecke ist echt cool. Hallo. Alter. Ich gehe mich nicht so ran, würde das auch ganz ziemlich nett. Okay, gerade noch ein paar Punkte hier am Start. Das ist nicht euer scheiß Ernst, ne? Starkereisen fahren. Das wird schon wieder nichts mit der Weggärten punkten, dass ich jetzt schon komme. Dann würde ich halt das vollen, was sich bewundert, dass der Wagen hier so gut abgeht. Das ist mein erstes Platz, mein Freund. Wir driften hier. Also 6 Punkte sind alles noch viel von der Wacht, weil ich kann mal schön viele Sachen empfahren und schön viele Punkte machen. Das geht schon ziemlich gut. Ah ja, haha. Was soll denn hier abkürzen? Das wird mal ein bisschen schwer werden hier. Wenn es 200.000 Punkte ist, ist schon... Wir müssen schon wirklich darauf achten, dass du halt nichts rammst und sauer fährst. Und auch so Fähigkeiten zwischendurch machst, um die Ketten zu überbrücken. Das soll man bestimmt nicht in einer Kette schalten. Ich gehe jetzt mal davon aus. Andere kann das natürlich schaffen, aber das ist nicht ganz so einfach. So. Zweite Runde. Wenn wir so gut sind, dann schaffen wir das auch. Das war aber knapp. Das macht ziemlich viel Scheiße in dem Fall. Ich gehe gerade ein bisschen weniger, wenn ich mich hier konzentrieren will. Muss ja auch mal sein. Oh je, 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 je. Die Kovili ist echt mieser. Da hat es in unserer letzten... In der letzten Runde hat es ein paar Ausgaben. So. Ich gehe jetzt mal retten die Punkte. Danke. Das geht auf jeden Fall. Können wir sogar noch schaffen. Wenn es in weniger als eine Runde 80.000 Punkte gemacht hat. Warte mal, das... War nicht so klug von mir. Ich wollte schon den Drift einleiten, um halt wieder Punkte zu machen. Das sieht doch schon besser aus. Ich hoffe, es fällt mega scheiße aus. Aber ich will immer einen Punkt, aber ja, das ist ja wohl das Hauptziel. Ich bin gerade der nächste Gegner. Das sieht ja gut aus. Oh Gott. Das ist jetzt nicht gut. Ich bin Gegner am Nacken und müssen noch Punkte machen. Das waren nicht gerade wenige. Oh Gott. Das ist gar nicht... Alter, wir fangen doch so scheiße. Ich rede doch noch mega scheiße. Ich kenne auch nicht das Wort aus dem Mund. Und diese dämliche Wortmacht, Alter. Und das ist so... Und Nerven. Ja. Let it works. Was wird denn das hier? Wenn man fragen darf. Oh mein Mann. Das sieht gut aus. Ja. Jawohl. Gut eingesetzt. Schafft auf jeden Fall. ich bin wieder drei sterne machen und schaffen das auf jeden fall möglich und das auch einfach in der ersten runde sieg waren und den stern abholen dann muss das dann auf jeden fall schaffen das ist keine frage und das alles gut durchhält und auf jeden fall locker schaffen wenn man einen fahrern ist und gescheuert wird man hat doch ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ich war wieder hier kurz zusammen das kann man sich doch nicht geben das denke ich war schon mal gefahren online mit dem ausbaut pato richtig geil und am ende leider nur fünf davon zwölf weil ich glaube ich lange zeit zweiter oder dritt ich weiß es nicht war denn ja meinte so typisch aus dem checkpoint weg zu denken sondern halt quasi ein tod ja die sagt man auch das entscheidende hier wie auch hier ja mega gut wenn er dort hat er wird auch nicht schlecht sein aber der wagen muss wohl ziemlich gut sein kurve also die von stecken die ist mega nice die gefällt mir immer gut gesteckt haben das war mal wirklich betonen es ist mega angenehm fahren dass man sehr relativ lange strecke wenn wir trotz 1 waren wir eine halbe minuten bis jetzt auf diese augen und gleich mal so wenig von der runden zeit so auch nicht fähigkeiten geben hoffentlich wir könnten schon so bei 15.000 epland das wird ziemlich angenehm das ist ein gerechten jahre lang und sagen gibt sogar 20.000 epl nämlich wohl ein bisschen mit eurem kanzler war ganz ehrlich dann gehen jetzt so um diese ich weiß aber sieben minuten wenn er sollte schon mit 15.000 eps sind für sieben minuten jetzt aber nicht viel oder 15 20.000 auch gerne mehr ich habe kein problem wenn es noch mehr gehen würde wenn auch ein 25.000 geben oder 30.000 oder sich wie viel aber kann ich alles sagen jetzt ein kurvon immer dann gleich durch die durch ich warte den wagen also dass ich auch wirklich sehr sehr gut fahren wird schlafen aber ein bisschen das kann man aber auf jeden fall das vertreter mit diesem wunderbaren sprung auch durchs ziel bär das war geil die zeit war quasi auf augenhöhe mit dem vater war zwar die beste naja da war noch völlig nach oben also der 21 der zeit ist auf jeden fall drin alle akte 40.000 das nehme ich gerne wieder technisch war ein schicht so gut oder nicht wo nicht gut jetzt bin ich noch besser darauf etwas gewinnen können bitte was geiles ich frage ja auch gerne viel geld jetzt dann war ja seine schande quasi das ist stich unter viel geld na mensch da wird es nach 2.000 und bis mal 200.000 das nicht doch schon weil ich angenehmer ich würde sagen ein rennen geht noch wenn man geht noch welches dann machen wir denn es hier gerade sind wir hier jedoch noch ein stück machen wir nichts machen mit einem anderen auto mal ist auch noch eine strecke sieht doch gut aus teilfahrt das sieht gut aus erwarten ist nicht sogar wieder anfangs der land share oder wie der nüster oder wie der sowie trotzdem geiles auto das andere ist also ist immer das gleiche ich gerne mal erwähnen möchte ich weiß ich habe das jetzt schon völlig relevant ist aber jetzt noch wissen oder ob ich es nicht willst oder das chance bekannt ist keine ahnung so habe ich jetzt gehört dass wahrscheinlich im nächsten kabel passen ja noch rauskommt das muss ja wo ich so am dritten januar so unsere rauskommt weiß es gar nicht genau da ist nämlich wahrscheinlich der bmw i8 drin ich glaube turn turn meint den nächsten kabel wird sich wird der meist gewünschte bmw ins spiel reinkommen das ist laut unserer seite der jacht gewesen aber wenn der reinkommen wird das spiel ich würde das so feiern ich liebe den jacht es würde ich mir richtig richtig gutes auto und nein das machen wir jetzt nicht also der reinkommt denn das kabel schon mal eine stufe besser jetzt nicht ein cooles kabel werden wie die bisherigen auch weil die siegen sei kfx waren echt mega mega gut denn wir echt mega fallen so drei schleuderfähigkeit und das drehen wir wohin ich würde mich über den i8 mega freuen könnte nochmal der klasse könnte reinkommen wäre cool oder der romeo julia in der 500 irgendwas ps und 500 cps variante und mit nachgang automatik bitte ich sehe mit handschaltung noch viele klub dass die spiel reinkommen auch porsche das ist natürlich am geilsten wenn die lichtschirmung die ist gerade nicht geil der wagen der wirtschaft hat mich dann nicht diese art pro leiter die man sieht oder mal wieder ein wenig anders als den letzten mal wieder ein normales Punkt wenn wir nicht immer hier rutschrecken werden die auch cool sind aber ist auch mal schön mal nach B zu fahren hier so ein Notalfahrer zu machen wie machen denn diese Schöderfähigkeiten? Hallo Alter diese Serpentinen hier die kann ich überhaupt gar nicht nicht mega essen wenn man sich die Kurven sind das sind mega coole Kurven aber irgendwie kann ich die mit dem Wagen hier nicht besonders gut nehmen aber weg hier das Gaspedal ist recht und ich bin mir nicht vorbei an den Daumen kein Problem oh wow das wäre jetzt aber nicht so ich glaube ich muss noch ein bisschen weiter zurückspulen ausnahmsweise das sieht bisher nicht gut aus sonst Alter ich bin mir wagen aber die Lichtstimmung ist das mega awesome nur diese Kurven ich kriege die überhaupt nicht hier mit dem Wagen das geht überhaupt gar nicht mit der erster werden das könnte knapp werden ich will mal so ein bisschen Zeitgut machen nein Alter was denkst du so weiter außen? bist du bescheuert? das geht ja wohl hier gar nicht dann bin ich der weiter da gibt es wohl kein erster Platz für uns oder? naja wohl warte mal wenn ich die Kurve noch besser nehme früher einlenke dann kann das sogar was werden ja so wird das einfach nix wenn ich wieder gegen irgendwelche Häuser fahre warte wie das können wir theoretisch noch schaffen das ist noch möglich nee wir müssen deutlich früher einlenken das haben wir da gegen die Wand dann wird das nix nee heute das geht noch das geht noch ja wir dürfen nicht gerne gegen die Wand fahren dann schaffen wir das auch wir sind halt wirklich sehr sehr früher einlenken das war richtig knapp ich sag das geht noch das habe ich gesagt ich weiß auch noch was aufklopft für die drei sterne für die steuerfähigkeiten ich bin dann das stand auch unten abgeschlossen also wir sind jetzt auch drei sterne wählen denn wir sind richtig geil so 11.000 Pferd jetzt das passt ich mir habe das so in der Stand dass ich das abgeschlossen habe weißt du nicht wieso wie man das gemacht hat aber gut das ist mir auch recht so und bitte bitte 1 2 na schade aber auch 100.000 Pferdes Belohnung das nehme ich auch gerne ist jetzt auch nicht so verkehrt und ja wollte ich nicht sagen oder so na gut ist halt die knäger veranstaltung man sieht ja einmal um die ganze karte rum schon noch in mehreren Runden bestimmt nicht in einer Runde werden aber das wäre in der Fall nicht in der nächsten Folge fahren da wir ja noch drei Autos haben noch ein paar Renner offen haben vor allen Dingen die auch mal fahren müssen und dann lieber auch drei sterne haben müssen ja so ist es ja auch noch vielleicht noch ein bisschen ja würde ich sagen was ist auch mit der heutigen Folge Vorratserweisen 3 und dann wollte ich dass ich diese Folge auch gefallen hat auch dank dem gerade sehr spannenden Rennen was ja wirklich richtig knapp war das waren wirklich Millisekunden vielleicht zu 20,30 Millisekunden das war wirklich echt mega knapp denn sind es auch hoffentlich in der nächsten Folge wieder wenn es wieder heißt Vorratserweisen 3 und dann würde ich sagen ich bin raus und ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.